Ich wäre gerne unter 24 Sekunden geschwommen, das wäre ja Saisonbestzeit gewesen. Aber gut, es war der Sieg und das freut mich natürlich, weil es immer ein enges Rennen ist, wenn man 50 Meter schwimmt. Also es geht jetzt um Olympia und in diese Richtung blicke ich und von daher braucht man diese Frage eigentlich nicht mehr stellen.